hallo und ein herzlich willkommen zurück liebe freunde hier zurück zu tift city mit dabei der rest quasi hier oder besser gesagt gerade nur der lars und die anderen auch auf dem server aber die für sich aufnehmen die möglichkeit aufzunehmen was habt ihr mit dem zweiten rum gemacht hat nikki umgebracht ist die quillerin das gehört da rein nicht außen hin weiß nicht dass du es umbringen darfst ja er hat auch schon pferde umgebracht also von daher ist ich komme auf diese brutalität nicht klar habe ich auch schon gesagt was ist das für ein snick hier genau von brutalität ich wollte schon twittern wir lassen die türküle haben wir brauchen schwer kauft ihr alles was machen wir jetzt also schaufeln machen als habe ich um sand stein gut bin aber ich bin da mal wie kann ich wie kann ich denke meißelten sand stein machen ich glaube den muss dann noch mal so ein viereck anlegen und vielleicht alles machen geht auch nicht ich blick's nicht oder komplett glatter sand stein und aus dem platten sand stein dann google ist dann freund und helfer google genau wofür gibst du die microsoft wiki ja weil ich da jetzt auch drauf kann kannst du kein handy muss dich nur anstrengen wir glauben an dich äh sag mal wo war die wüste ich glaube nicht da wo ich bin in afrika bei den schweinen geradeaus das gewachsene zeug war das wieder abwachsen oder immer noch das gewachsene zeug wachs noch voll gewachs 36 brot sehr schön da ist die blut die welt die wurst du willst doch brot für die welt aber die wurst bleibt hier sonst ja auch kuchen für las das sollte ich gründen vielleicht oder ein törtchen ja törtchen für las das wird's dann werde ich noch fetter und schokolade für nicky du bist nicht du wenn du hungrig bist blickert es ist zu klein weil wenn du die säulen machst dann dünne säulen ist scheiße aus problem ich wollte jetzt hier so machen aber dann wenn ich das hier auch macht dann ist es eng 3 wenn ich das eher zu wuchtig dann mach mal hier auch hin ich werde das genau passen das ist genau passen wurde die haltbarkeit von eisen irgendwie runter hier schraubt alles standard ich bekomme vielleicht drei ich wollte dann quasi einer schaufel ja aber es war ein neues abdruck wenn du denn der weg ist das zwischen jeden soll auch mal eine einzelne spritz hat jetzt gleich schon dauerung wieder komplett vor soll denn der nicht gut wenn du vielleicht diese säule hier hinsetzt und diese dafür weglässt dann ist der breite gangbreite dass wir hier bloß eine säule weniger haben weiß ich mein soll ja aber da haben wir hier das problem ich habe ja auch drei sollen ja gut das macht ja nichts wir haben ja hier den eingang oder wenn wir überall ginge okay dann würde ich so machen wie hier ist es da dass man von allen seiten betretbar ist ja genau dann würde ich so machen drumherum könnten zum beispiel der markt einmal so um der markt das war ja das war ja der plan dann aber keinen sandstein dann brauchen wir halte ich habe eine raumte dann brauchen wir ja das ding ist aber dass die jungs gerade eben sandstein fahren dass das mein ich habe von anfang gesagt wir brauchen kein sand dann stein oder sand weil auf sandstein ebene bin ich noch nicht du kannst aus den sonstigen machen ja aber wenn ich dann komme ich ja irgendwann auf sandstein eben also kurzes update jungs wir brauchen stein okay dass ich gerade noch in der mine von rutsche hier bin weil kai hat sich jetzt dafür ja das habe ich schon uns letzten parts gesagt du war es jetzt von überzeugung ich habe auch mal gesagt gehabt das macht keinen sinn war ja das sieht scheiß aus das zeit wird sich endlich mal einer der wasser brauchen wir das jetzt brauchen wir das ich kann sagen ja irgendwann schon ja du brauchst wir brauchen stein lasse sandstein weg und wir brauchen stein ganz normalen stein ganz normalen stein bruchstein ganz normalen bruchstein ganz normalen bruchstein okay dann brech ich jetzt da bruchstein brich brech rein jemand hat gestern den zuck gekotzt er war bahnbrechend ich habe zu viele blitze von der alex jacke alexa gehört da machen wir wenigstens den boden aus sandstein das kannst du machen ja aus clear quasi der sandstein da wo das wasser hin machen möchte ja genau genau und der rest wird er halt anders gemacht dass quasi aus jetzt wenn das so so ein badefügel war dabei ist es eine tödliche falle ja genau wie eine teefalle kennst du das beste weihnachtsgeschenk ja eine kaputte trommel unschlagbar ja in hamburg haben sie einen sack gefunden konnten sie aber nicht öffnen waren zu hell und ich habe keine rezeptoren schmelzen gerade vor sich hin ja also machst du den boden schon ja oder ähm ich habe ja keinen stein ich muss ja irgendwas machen ich werde das hilfe meine freundin drauf was soll ich tun okay eher nimmst du gleich geht oder machst langsamer also wenn wir jetzt schon zum fadigen humor kommen weil schwarz darf man ja nicht mehr sagen ne was ist ja wieder was ist wack wie klingt tiert bitte ja ja genau papplich klingt tiert tschuldigung oh mein gott oh mein gott didi wack wack schwarz und humor dachte ich schon mein humor ist so schwarz der pflückt schon baumwolle hallo wer ist pflückt auf so weit ne ok das das ist wieder verwerflich ja ja halt stopp nein kristall stopp bap 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 badadadabada so wie macht man steinziegel äh backen ah so ok deswegen hab ich stein gebackt jetzt weis ihr wo wer ihn gebackt hat gebackt gebacke bocke kuh wir sind gebacke bocke kuh luba ich bräuchte mal ne Spitzhack und Behutsamkeit dem könnt man auch so glatt den stein kriegen und bei der brauchen wir dich bräuchte ich dir's für dafür bräuchten wir erstmal unseren eichenlist bei der hat nämlich bücher und so weiter und so fort ja Wer macht die Rolle? Hutschi Ah der Hutschi Gesundheit 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 Hutschi Nein so heiß ich Gesundheit Ich liebe es Was wird das denn fertig ist? Weiß es nicht Ja immer gut Weißt du denn überhaupt etwas? E gleich M10 im Quadrat In Klemmer Das Volumen der Sonne Ja Und die Erde ist eine Scheibe Echt Natürlich Immer Du hast meinen Plan kaputt gemacht Was hab ich kaputt gemacht? Mein Plan Warum? Die Welt zu zerstören Aber wie kann man eine Scheibe zerstören Und man bricht sie in der Hälfte durch Genau Oder man reißt sie in ganz viele kleine Teile Bett Bett Moment Ich hab ein Bett sogar mit Wie geil bin ich denn? Geil bin ich denn? So ich hau mir jetzt einfach hier ein Bett hin So bapbuff Bapbe duster Bei mir ist irgendwie die Mine weggeglitscht Oder so ich schlafe jetzt in der Luft Ins Bett und keiner geht ins Bett Ja Hast du denn noch Schoki? Ich hab gar keine Schoki mehr Hast du alles gesehen? Alter Loco hört sich so frisch an Mit den engen Gang Eng ist Ja dann sollen sie sich doch eben auslochen oder so Ja dann sollen sie sich doch eben auslochen oder so Das ist schon blöd in der Aufnahme Oh verdammt Boah wir sind alle Wir sind so versorgt Ey wir sind so Unser Seele ist einfach T-Shirt Aber wir genau gleich geschrieben LOL 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 Lampen mag nicht Alter Ah ah Fadenmilch 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 Das versteht keiner der letzten Stream von Gronkh nicht gesehen hat Fadenmilch Mal wie cool das ich es verstehe Eheh Ah nano Nehm ich die vorne LOL Hehehehe Es wird glop nicht mehr Im Bett Bis Badbeadbetbetbetbetbetbetbetbetbetbetbetbetbetbetbetbetbetbetbetbetbetb' Ich guck ja sehr gerne auf die Zusammenschnitte von den Livestreams und die Geschichten mit dem Mandeln fand ich manchmal Der liegt nicht im Bett. Da hat er das Schwein gehabt. Warum hast du kein Bett? Das ist immer noch nicht. Vielleicht, was ich jetzt mit Amine bin. Ja, als Paul Müssen. Nein. Wenn jemand Steine möchtet, dann sagt er, ich wollte Steine holen. Weil seine Nacht kaputt geht, nicht deine. Weil mein Stein kaputt geht. Was habe ich letztens gehabt? Ein Kutscher mit seinem Pferd unterwegs. Geht das Pferd auf die Wiese. Sagte der Kutscher, nee, geh auf dem Kieswig, das das Pferd. Nein. Ja, warum? Weil mein Huf kaputt geht, nicht deiner. Ey, ich hab... Ah, Babyzombie, nein, geh weg, geh weg, geh weg. Geh genommen. Ja, woher kommt ich? Babyzombies sind so asozial, die brennen einfach nicht. Weil es Babys sind. Und Alter, die haben eine Range. Das wäre moralisch. Ich habe mich aus 30 Blöcken Entfernung. Komplett? Ist nur... Nein, ganz. Hier. Äh. So, wo war unser Haus? Ja, nicht komplett, da wo es Wasser hinkommt. In den Bereich. Babyzombie. Babyzombie. Du sagst, hier hinten ist Wasser in der Masch, du hier und wo in den Bereich. Also weiter. Aber du kannst du auch erstmal komplett machen, dann sehen wir es ja nachher. Dann sind wir da weg. Okay. Okay. Das sind gerade besondere Themen, die euch im Herzen liegen. Ähm. Schwarzer Humor. Wenn ich kommentiere, kommentiere. Was? Aber. Wenn ich kommentiere, kommentiere. Das war ein Split. Ich habe es verstanden, Lars. Ja. Und dann die, wie Aschenputtel durch das Fenster oder was? Lars will irgendwann mal ein Rapper werden. Und was willst du hier mit deinen Ugly-Sismen? Ich weiß nur eins. Ich bin ja nie deine Ugly-Sismen. Er hört so viel Kollegah. Nee, das war Laska-Mensch. Oder Laska, stimmt. Ja, aber die haben natürlich beide gleiche Texte. Laska ist cool. Nein. Er hat Fortuner-Sismen genommen. Es ist Zeit, sich mit Johnny anzuzünden. Johnny anzuzünden. Johnny. Johnny. Johnny anzuzünden. Das ist das Einzige, was mir hängen geblieben ist von dem. Das ist auch der Einzige, den ich mag davon. Ich finde Censor-geil. Censor und Uri sind doch richtig heftig. Ich mag Uri nicht. Das ist so ein Opa-Dinner noch. Zeit ist hart gelaufen. Was? Nein. Nein. So, meine Lieben, danke schön fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja. Tschüss. Bye-bye. We got millions of reasons To let it all go Hope we're not too broken I know I'm not always strong And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again 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 Vielen Dank.